Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch allen gut? Die Frage, ich hoffe, es geht euch allen gut, meine ich wirklich, denn wir wissen alle, dass es Menschen gibt, denen es gerade gar nicht gut geht. Das hier ist die kleine Ilaida. Der geht es gerade richtig schlecht. Sie hat Leukämie und bisher sind alle Therapiemöglichkeiten nicht erfolgreich gewesen. Und jetzt hat sie nur noch eine letzte Chance und zwar die Reise in die USA, denn dort gibt es eine spezielle Therapie, die in Deutschland nicht angewendet werden darf. Nun ist es so, dass die Reise in die USA und die Therapie sehr kostenspielig ist und die Familie auf Spenden angewiesen ist. Wenn jeder von uns nur ein Euro spenden könnte oder würde, dann könnten wir alle Ilaida das Leben retten. Die Sally hat einen sehr bewegenden Beitrag über die Ilaida veröffentlicht. Ich bitte euch, schaut es euch an und wenn ihr den Beitrag teilt auf Facebook, macht die Leute drauf aufmerksam. Gemeinsam können wir das schaffen, gemeinsam haben wir eine riesen Reichweite. Viele von euch sind vielleicht selber schon Eltern. Ich habe selber auch Kinder und mir zerreißt es das Herz, wenn ich sehe, dass so ein kleiner Mensch schon leiden muss. Ich hoffe, ihr seid dabei und unterstützt die kleine Maus. Sie hat auch einen eigenen Blog. Ich verlinke euch alles in die Infobox und schaut auch bei Sally vorbei. Das ist ein sehr informatives Video. Ich hoffe auf eure Unterstützung und bleibt gesund. Das ist toll. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.